Ihr tanzt heute die Eröffnung. Und, was erwartest du dir? Ich glaube, es wird lustig werden. Ich glaube, dass es für die kurze Vorbereitungszeit doch eine gelungene Eröffnung wird. Und Mama und Papa schauen auch zu? Mama und Papa sind dabei. Es ist mein Matura-Ball quasi, also mein Abschlussball. Und das lassen sie sich nicht entgehen. Ich bin in der Funktion eines Elternteils hier. Wir haben Kinder hier. Eine ist jetzt gerade auf der Bühne vorne. Unglaublich. Nein. Ja. Von wem hat sie das? Von Papa oder von... Papa auf jeden Fall. Sie sagt das. Tochter oder Sohn hat noch nicht begonnen zu tanzen. Es gibt keine Puschen, die tanzen können. Werdet ihr nicht aufgefordert? Sind die Jungs so nachlässig? Die, die wir kennen, die können entweder nicht tanzen oder haben ihre Freunde mitgebracht. Kann man das auf sich sitzen lassen? Ähm... Ja, das muss man sich schon überlegen. Na, also wird heute bestimmt noch getanzt. Habe ich extra rausgesucht zu Hause, das Outfit. Ist das jetzt nicht so schön? Naja, es passt zum Ball schon, weil das Thema ist ja Rock'n'Roll. Wir sind die Schulballband des Landolt-Tänzorchester. Und wir haben dann alle seinen Hut auf, weil wir ein bisschen die Blues Brothers imitieren. Ich finde es wichtig, dass Klassik ist, weil das einfach zum Ball dazugehört. Wie bitte? Ihr wart schon auf der Bühne? Ja, noch beim Soundcheck, aber heute noch nicht. Also beim Ball noch nicht wirklich. Was können wir uns erwarten? Das Beste. Braucht man dann nicht Medikamente, wenn man Missionen hat? Habe ich dabei. Moment. Für den Zehner verkaufe ich alles. Die blauen oder die roten? Die grünen. Die sind viel schlimmer, die kennst du noch gar nicht. Ja, so wie es da gerade zugeht, so habe ich das organisiert. Also zum Teil zumindest. Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden, ja. Mit der Dekoration. Die Leute unterhalten sich gut. Ich war so quasi die Hauptorganisatorin, mehr oder weniger. Mit einem Haufen Schüler und einer Lehrerin, Gott sei Dank, nach einem guten Tipp, die alles zusammengeführt hat eben. Und Dirk Kassier vom Elternverein für alles Finanzielle. Sonst hätten wir natürlich viel zu viel ausgegeben. Und Sie sind zufrieden bis jetzt? Wunderbar. Bis jetzt bin ich spitze. Mal sehen, was noch draus wird aus dem Abend. Ich bin begeistert. Mir gefällt es sehr gut, wenn wir schauen, was der Abend noch bringt. Aber er hat gut gestartet. Hat Ihre Tochter getanzt auch heute? Hat schon getanzt und sie wird sicher noch mit mir tanzen. Und Sie sind stolz? Ich bin sehr stolz drauf, ja.